Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Erstmal Soundcheck. Na, so. Ich mach mal erstmal ein anderes Ziel. Das ist irgendwie ein bisschen sinnvoller. Das ist irgendwie ein bisschen sinnvoller. Ich geh mal hier hoch. Hier durch, würd ich sagen. Das kommt mir sicherer vor. Hier ist das nicht die Schwiermode. Das stimmt nicht. Los, hoch! Das ist wie Orion gesagt hat. Der Eisentyrann ist gefallen und das Blut der Ungläubigen färbt die Straßen rot. Da ist Licht am Horizont. Und doch gibt es noch mehr zu tun. Wer sich der Hoffnung verweigert, kann zumindest den Tod akzeptieren. Holt sie euch! Führt sie ins Licht! Zeigt ihnen die Kraft von Orions Überzeugung! Diese bohrenden Kopfschmerzen. Ich sehe kaum, wohin ich schieße. Geh woanders hin. Geh woanders hin. Was die wohl in den Eintopf werfen. Hä? Huih! Bin durchgekommen. Der Typ da ist ein bisschen im Weg. Ich brauche was zu trinken. Ah, der macht eine Patrouille. Und leider ist genau im Licht ein Pfeil. Irgendwas stimmt nicht. Wofür wird eigentlich das hier hin? Egal. Ich gehe da hin. Denn da sind zwei Ziele. Genau, zwei. Und die will ich jetzt mal in Angriff nehmen. Ich habe mich ja bei einem Part ja nur bei um denen allen gekümmert. Wo ich einfach den Eingriff nicht finde. Dann muss ich wahrscheinlich auch noch durch diese einen, durch diese einen Gegend durch, wo es ein bisschen schwerer ist. So. Was? Ich glaube das andere Ziel ist ja erstmal praktischer. Was muss ich denn machen? Ich bin credit, was soll ich denn? Das war's für heute. Wo geht's hier eigentlich lang? Wo bin ich hier? Auf jeden Fall ist hier was zum klauen. Was kommt als nächstes? Was man wohl fürs Ziehen der Totenkraften bekommt? Wie auf Kreis. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Na, hier komm ich dann nicht so leicht ran. Da lag ja noch was. Also hat es sich wieder mal gelohnt. Ja, knurrt der Magen. Verdammt schwierig hier durchzukommen. Die Dämmerung naht. Die Nacht dauert ewig. Ah, hier muss ich hin. Ich muss mehr schlafen. Hehehehe. Das ist doch einfach hier hinzukommen. Vermutlich der Bankier. Vielleicht kann er helfen. Ich will hier hinzukommen. Ich will hier hinzukommen. Ich will hier hinzukommen. Ich will hier hinzukommen. Ah! So, ausgeschaltet ist nochmal Die Funktion Was ist hier wohl drin Noch nichts Ist ja nichts zum Klauen Füller Also das Bild kann ich nicht klauen Schluss knacken Und Offen What Ach, das war wie ein Butterpfeil Also hier liegt nichts mehr, oder? Willst du ausgehen? Na Warum habe ich jetzt überall den Juckreis? Raus hier mal wieder Denn hier habe ich jetzt alles gemacht Ziele Okay Okay Aus damit Hm, wie komme ich denn da rüber? Hatte heck Mein Schädel Ich halte das nicht mehr aus War ich da schon mal? War ich da schon mal? Ist widerlich Mir brummt schon seit Tagen der Schädel Ich halte das nicht mehr Ich halte das nicht mehr Dieser andere Hund stört noch. Wenn alle geheilt sind, ist die Schwermutvergangenheit. Hey, ich komme durch. Juhu. Ja, das ging ja mal. Also rein hier, bevor die mich neu entdecken. Oh, was zum Klauen. Ich hoffe, hier drin ist keiner. Ach, hier ist ein Füller. Hier ist nichts. Rückenwind Rüger, sie haben uns... Hier ist ... Hier ist ... Hier ist ... Vielen Dank. Ich bin doch hier im richtigen Ort. Und ich habe es immer noch nicht ganz geschafft, alles zu klauen. Was ist das? Ein Satz für einen Seilpfeil, wovon ich nur noch drei habe. Ich brauche dringend wieder Seilpfeile. Na, was ist das hier? Ah, ich bin jetzt gerade am Mikrofon gekommen. Das ist natürlich nicht so toll gekommen. Das ist noch nicht so toll, wenn man an den Ständer vom Mikrofon kommt. So, die Aufgabe erledigt. Hier ist nichts mehr. So, dann mache ich jetzt hier meinen Cut und bis zum nächsten Part.